Hallo Leute, ich bin's wieder. Hier, es regnet und ich stehe gerade vor dem Schloss Nordkirchen. Ich wollte euch das mal zeigen. Das ist nämlich dieses wunderschöne Schloss. Da, wo ich quasi wohne. Sieht das nicht toll aus? Ich stehe gerade auf der Venus-Insel. Ich gehe da gerade mit meinem Wauzi spazieren. Wie immer, kennt ihr ja. Hallo, Hanni. Hanni hat Durst. Ist das nicht toll? Ich hoffe, euch geht es allen gut. Mir ja. Gestern hatte die Schwiegermutter Geburtstag. War ganz nett. Schön zusammengesessen, Kuchen getrunken, Kaffee gegessen. Nein, Quatsch. Dann gab es abends noch ein paar Schnittchen. Ja, und dann sind wir auch wieder rüber. Und das war es dann auch. Könnt ihr ja wenigstens mal so machen. Dann seht ihr mich auch. Ich meine, das Schloss die ganze Zeit ist auch langweilig. Ja, Doreen, ich hoffe natürlich, du bist gut angekommen. Sascha, ich hoffe, dir geht es auch gut. Ich wollte nur sagen, heute Morgen habe ich schon fleißig Sport gemacht. Ich habe mich schon in der Mucki-Bude. Ja, das muss man ja. Sonst kommt ja nichts. Gestern war mein Lufo-Wert in der Mittagszeit. War aber wieder mal 2,96. Ja, 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 ja. Heute Morgen hatte ich auch schon wieder 2,88. Ja, ich bin ganz schön gut zur Zeit. Aber was soll man machen? Gut. Ich glaube, ich werde jetzt mal so langsam nach Hause gehen. Ich habe noch eine ganze Strecke vor mir. Ich glaube, ich bin jetzt schon 4 Kilometer gelaufen. Ich habe mal so 2, muss ich noch gehen. Und immer 6 Kilometer zu Fuß. Oh, das reicht für heute. Bei dem Regen. Dann wollen wir mal gucken. Naher kommt Schatz nach Hause. Dann wollen wir mal ein bisschen nach Münster fahren. Dann schauen wir mal weiter. Also, macht's gut.